Jetzt ist der Torschütze im Hinspiel eingewechselt und jetzt macht er seinen ersten Treffer in der Europa League und wie schön das lauert, er da hinten guckt, ja und ob es tatsächlich am Ende ein Torschuss sein sollte, das weiß er nur selbst, sieht eher aus wie eine Hereingabe und dann senkt sich der Ball hinter Rehner und somit steht es 1 zu 1 und damit ist Fakt, in der Neapel wird es keine Verlängerung geben. Dann kann der ehemalige Manuel Neuer ersetzen.